servus liebe ball of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal der schöpfungskatalysator ist seit mittwoch geöffnet kann man das sagen verfügbar ist glaube ich die bessere wahl und das heißt ihr könnt ausrüstung die aus season 3 erhalten habt beispielsweise in tset teile umwandeln und euch so den vierer bonus holen was ist jetzt aber wenn ihr beispielsweise gar keinen kopf schultern brust handschuhe oder hosen am start habt und ich habe ja schon in einem anderen video gesagt idealerweise wollt ihr alles auf 278 craften aber wie kommt man da am besten ran wenn man beispielsweise nicht radet dafür gibt es jetzt eine lösung das habe ich euch auch hier auf meiner homepage zusammengefasst und zwar lautet das stichwort boi ist tatsächlich drop in im neuen raid im mausoleum der ersten mehrere boi ist wer hätte es gedacht und diese sind auf slots wo normalerweise tset teile liegen das hat die boi ist an sich erst mal relativ irrelevant gemacht bevor der katalysator kam jetzt sind sie aber sehr interessant denn ihr könnt die dinger nehmen und halt mit dem schöpfungskatalysator in ein t teil umwandeln die dinger droppen von normal bis mythic ich glaube sogar im lfr gibt es auch boes also theoretisch könnt ihr da für jede rüstungsklasse items auf item level 278 kaufen aus dem auktionshaus wenn ihr selber nicht im raid unterwegs seid und dann wandelt ihr die einfach um oder ihr schließt euch trash farm gruppen an gibt es ja teilweise auch auf mythic weil vom ersten boss gibt es jetzt nicht so wirklich viel trash hier auf der seite habe ich euch alle items zusammengefasst für stoff haben wir handschuhe und schultern für lederer lederträger einen helm und hosen für kettenträger nur einen helm und für plattenträger handschuhe und schultern hier findet ihr die namen wie gesagt die gibt es bis item level 278 achtet immer hart darauf dass ihr die im richtigen item level kauft wenn ihr das denn tun wollt und hier könnt ihr alle namen finden dieser items was allerdings ein bisschen schwieriger ist ist gerade auf leeren servern oder lehrerinnen kleineren servern nennen es wie immer ihr wollt da ist das angebot an boe ist in der regel nicht sonderlich üppig bei uns auf dem server gibt es mittlerweile erst vier gilden glaube ich die in sachen mythic unterwegs sind überhaupt und wie man sieht sind keine 278 items verfügbar wir haben hier jetzt aber beispielsweise hc random loot hier haben wir diese stulpen des endes auf 265 die platten handschuhe hier die lederhosen hier haben wir den ketten kopf und hier die platten schulterstücke und alle items kosten halt zwischen 200 und 415.000 gold also das ist relativ happig wenn ich das mal so sagen darf hier geht es weiter hier sind die normal items also wenn ihr ein solches boe aus dem raid haben wollt dann könnt ihr schon mal mindestens je nach server aber auf kleinen servern um die 100k bis teilweise noch mehr und ich denke mal 278 items würden locker weiß nicht 78 900.000 gold kosten wenn es reicht also da gehen die preise ziemlich hoch diese crafteten items funktionieren meines wissens nach nicht für den schöpfungskatalysator man kann ja so ja dann kaufe ich mir einfach das ist ja 100 400.000 gold billiger aber das geht soweit ich weiß eben nicht ja ist ein bisschen schade aber andere alternativen gibt es aktuell nicht wirklich da muss man leider in den sauren apfel beißen wenn man das dann machen möchte dementsprechend falls ihr wirklich 278 items da aus dem auktionshaus haben wollt guckt die preise kauft am besten auf volleren servern wenn ihr auf dem volleren server spielt und ja überlegt euch die investition gut denn spätestens in weiß nicht 45 monaten kommt sowieso wieder hier was ein höheres item level hat also ja ich würde es vielleicht als maßnahme ergreifen wenn ihr wirklich so gar nicht an teile rankommt und für euch gold keine rolle spielt aber wie dem auch sei ich hoffe ich konnte euch ein bisschen helfen wenn dem so ist lasst ihr gerne ein abo da lasst ein like auf dem video da damit helft ihr mir sehr weiter bis zum nächsten video habt eine gute zeit schöne ostern reingehauen bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020